Ja, hallo, hier ist Christian Hemmschenmeier, Paterrapport, Beziehungscoach, spiritueller Coach und so weiter in Hamburg, Berlin, Murnau und dieses Mal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe, so ganz quick und dirty, eine Frage von Treffka und noch kurzer Hinweis, es gibt noch die vergünstigsten Bootcamps in Hamburg, Berlin und München, Ende des Sommers, super cool, macht mal mit und selbst Liebe, Challenge, Advance und den schönen Ex-Detox-Kurs, gibt es gerade wieder, so, hallo Christian, also wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht über ein Formular auf libysche.de, wenn man sich Liebe, Achtung und Respekt selbst geben soll, was die meisten wahrscheinlich nicht können, korrekt, warum wünscht man sich dann einen Partner, ja, weil der Partner es einem geben soll, was man selber nicht kann, das machen wir doch alle ständig, wir haben Schwierigkeiten mit irgendwas, wir haben Schwierigkeiten mit Selbstliebe, suchen die Liebe im Außen, wir haben Schwierigkeiten mit Selbstachtung und Selbstrespekt und suchen Achtung und Respekt im Außen, weil das Universum aber anders denkt und möchte, dass wir uns weiterentwickeln, matcht das Universum uns an den Stellen, wo wir halt noch Änderungsbedarf haben und schickt uns dann leider Leute, die uns vielleicht nicht lieben, nicht respektieren, nicht achten, damit wir das in uns endlich erlösen und auch nicht so abhängig sind von anderen Menschen, sondern dass wir selber unser nice, geiles Leben kreieren, das möchte das Universum so, nichts anderes. Und, ja, deswegen ist es ein harter Lehrmeister und, ja, schickt uns Arschengel, Negativcoaches, wie auch immer man das nennt, die uns dann beibringen oder schickt uns das Single-Sein, dass wir, ja, uns unabhängiger machen von der Bestätigung und Zufuhr anderer Menschen so. Also, komplizierter ist es eigentlich nicht, aber was natürlich nicht heißt, dass es nicht manchmal ätzend ist und total anstrengend und, ja. Warum wünscht man sich einen Partner nur zur Fortpflanzung? Ja, also klar, äh, sind wir biologische Wesen und, ja, also gut, nur zur Fortpflanzung ist ja in sich schon Quatsch, weil man sucht ja auch Beziehungen jenseits des üblichen Fortpflanzungsalters und, ähm, und natürlich, ähm, ja, haben wir irgendwo diesen Bindungstrieb und diesen Trieb, äh, uns auch, auch Sex zu haben mit jemandem, so, die meisten zumindest. Und, ja, deswegen ist es völlig in Ordnung, Beziehungen haben zu wollen. Es gibt trotzdem darüber, dieser, diesem psychologischen, kulturellen und spirituellen Layer, den können wir nicht, den können wir nicht ignorieren. Da können wir nicht einfach sagen, wir sind biologische Wesen, das ist nur ein Teil von uns, ne. Und, ähm, ja, und das Universum funktioniert halt so, wenn wir selber im Mangel sind, das sind ja viele Menschen, dann wird, zeigt uns das Universum gerne im Außen auch, hier, hallo, hier ist der Mangel, so. Aber es ist nicht böse, es ist liebevoll, weil das Universum möchte, dass wir auf unsere eigenen Beine kommen, so, ne, und, und das Universum scheißt doch immer gerne auf den größten Haufen, sag ich so, ne. Wenn du es schaffst, mal so eine längere Zeit in der Fülle zu sein, dann kommt ja verrückterweise immer noch was obendrauf irgendwie so, ne. Dann ist es wiederum positiv. Also, ähm, steck den Kopf nicht in den Sand, hau rein, ähm, mach mal Modul 1 und bring mir das Liebeschip oder, oder Selbstliebeschallenge, deine Eimer füllen oder irgendwie sowas. Ähm, und, ja, versuch dieses Alleine-Sein zu umarmen, weil es ist immer ein bisschen schwieriger Manifestationspunkt, wenn man, äh, das, was man gerade hat, nicht schätzt. Sag ich aus eigener Erfahrung, das ist wirklich, ähm, finde ich auch super schwer immer, klar, man ist dann genervt von irgendwas, aber, also, der Ausgang für positive Manifestationen ist eigentlich immer, dass man das, was man gerade hat, erst mal wertschätzt, so, ne, macht Dankbarkeitsübungen und was immer. Warum sieht man sich so sehr nach einem Menschen, der einen liebt? Ja, wie gesagt, das, ist das alles ein Mangel in sich selbst? Ja, also ein Stück weit ja, ein Stück weit nein, also, ist doch, also, Gott, wir, also wir sehen uns alle nach Liebe, wir, wir übersehen dann nur die Liebe, die in uns ist, weil die ist auch schwer zu finden, weil die unter diesem ganzen Ego, Trauma, inneres Kind, bla, 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 versteckt ist. Ähm, aber, also, das wir, sag ich ja auch immer wieder gerne, es gibt keine Opposition gegen, äh, gegen die Liebe, also, die wahre Liebe wollen wir alle, ne, ob jetzt in Gestalt von anderen Menschen, guten Freunden oder, oder einer gesunden Selbstliebe, also, das ist an sich nicht falsch, so, ne, nur, wir müssen halt, ich weiß auch nicht, ich hab das, die Regel nicht gemacht, ne, also, die es scheinbar gibt, dass wir erstmal uns selbst lieben müssen und dann, ähm, ja, kommt es auch dann von außen. Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht mehr so wichtig, ne, dass es von außen kommt, so, ne, ähm, aber das sage ich jetzt nicht, um dir weiter Stress zu machen, da musst du wirklich eine ganz feine Linie, dass man das so akzeptiert und dass man dann aber auch nicht resigniert und sagt, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich denn jetzt machen, also mach kleine Schritte, mach mal, schreib mal jeden Tag drei Sachen auf, für die du dankbar bist, das wäre schon mal echt eine coole Übung und guck mal, was das vielleicht mit dir macht und, genau. Ja, soweit und vielleicht sehen wir uns diese Woche mal live, ich weiß nicht nur, ob ich Mittwoch schaffe, sonst wird es vielleicht Donnerstag auf Twitch, schauen wir mal und wir werden es bald wieder sehen, auf jeden Fall.